Yo Leute was geht? Der Artur ist mal wieder am Start. Heute mal mit einem klären Review. Einmal bevor ich anfange, erzähle ich euch heute ein bisschen was über YouTube. Heute nennt mal YouTube mal wieder ganz cool. Nichts gegen YouTube. YouTube ist cool. Ich mag YouTube. Aber trotzdem, heute ist mal wieder was passiert. Das ist schon dran passiert. Heute sind bei mir ein bisschen mehr ungefähr ca. 500 Views, Klicks oder Aufrufe wie man es nennt. Einfach so verschwunden auf dem Kanal. Aber das ist irgendwie schlimm. Die krieg ich in einer Woche oder paar Tagen wieder rein. Zum Review Box 1. So sieht sie aus von unten. So von unten. Hier mal das Branding. Hier einmal das Branding von Black River. Hier sind so, also hier so zwei schwarze Sticker mit Black River Rams drauf. Ja und hier sind so zwei Schienen zum Grinden. Die fühlen sich wirklich sehr gut. Ja kann ich wirklich nur empfehlen. Ihr könnt ja das Video Box 1 von mir angucken. Und ja, hier kann man, also wenn man die bestellt sind non-sliders unten dran. Man kann hier auch fahren. Also hier so unten macht auch viel fahren. Man kann die auch mit anderen Rampen kombinieren. Also ich mach das meistens mit meiner J-Ramp. Oder mit meiner, so stelle ich die denn immer hin. Oder mit meiner Box 2. Ja und, also ich kann sie wirklich nur empfehlen. Also Maßen sind 19 cm Länge, 19 cm Breite und 13 cm Höhe. Ja, 10 Euro oder 9,95 Euro plus maximal 5 Euro Versand in Deutschland. Kommt halt immer drauf an wo ihr wohnt und dann nachher ins Ausland ein bisschen mehr. Naja, also 9,95 Euro plus 5 Euro Versand. Glaub ich, ja. Ähm, kosche das Ganze auf BlackRiverRamps oder BlackRivershop.com. Kann ich wirklich nur empfehlen. Sieht wirklich geil aus. Ist gut für unterwegs. Also kann man eigentlich überall mitnehmen. In die Schule, naja. Da wäre gerne man ja Lehrer, aber naja. Ist ja nicht schlimm. Braucht es ja nicht unbedingt im Unterricht machen. Naja. Ähm, danke fürs Zuschauen. Wer nicht, wenn du einen Daumen hoch da lasst. Ähm. Und abonnieren, wenn du es noch nicht gemacht hast. Wäre auch ganz cool. Wenn nicht, dann nicht. Danke fürs Zuschauen, Leute. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.